hey leute ich bitte mal wieder nach ein paar tagen oder wochen und zwar bei mir gab es ja ein paar probleme hier mit youtube und allgemein real life und blablabla jedenfalls ja die sachen auf youtube haben sich ein bisschen geregelt ich hatte letzte woche strike bekommen war ganz gut der ist aber wieder weg für dasselbe problem weshalb ich eine verwarnung bekommen habe aber ja die verwarnung ist bestehen aber das war jetzt einfach da jedenfalls ich bin mein praktikum fertig was ich letztes mal erwähnt habe werde wahrscheinlich aber daraufhin nächstes jahr im januar aber anfangen wir zu arbeiten ohne aufwärtsschaden aber das wird halt noch ein bisschen länger dauern jedenfalls ich habe mir überlegt ob ich wahrscheinlich zwischendurch ab und zu mal streamen soll werde was genau weiß ich nicht aber ich werde vielleicht wahrscheinlich anfangen zu geben ich habe es auf twitter einmal getestet wie es alles funktioniert also die überblenden die ich ja alles habe den herrn gut der die box die hier funktioniert auch da ist dann der chat trenne donations habe ich auch schon aber ich kann auch keine donations erhalten follower sounds habe ich und so ein zeug und alles eingestellt und ja an sich passt alles ich habe alles eigentlich meiner meint nach perfekt eingestellt nur ist die frage wann ich das genau machen und mit wem vielleicht ich wahrscheinlich mit meinen freundinnen machen und ich weiß aber nicht wirklich was wir überhaupt spielen sollten und ja das wollte ich eigentlich nur erwähnt haben dass ich wahrscheinlich streamer und dass das mit youtube jetzt alles wieder geregelt ist halbwegs naja 50 prozent sagen jetzt einfach naja falls ich dieses jahr kein video mehr machen sollte ich wünsche euch allen frohe weihnachten und guten rutsch ins neue jahr und das war dann ja auch schon wieder ich habe eine neue brille ich kann jetzt selber blinzeln davor hatte ich nämlich autoblinzeln an aber das kann ich jetzt selber machen finde ich jetzt gut naja jedenfalls falls wir dies ja nicht mehr erwähnen sollten aber ja guten rutsch ins neue jahr und vorweiten euch allen mit den sanden ließ ich ja wahrscheinlich